Du hast Bock eine 20€ PSN oder Xbox Karte zu gewinnen? Dann lass jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lass ein Abo da und schreib mir unbedingt einen Kommentar, denn nur dann kann ich dich auch wirklich finden. Ich werde dann aus allen Videos, die ich jetzt noch in den nächsten Tagen mache, einen Gewinner aus den Kommentaren heraussuchen. Also unbedingt bei den nächsten Videos dann auch immer einen Kommentar da lassen. Ich werde einfach dann wie gesagt ein Video aussuchen, wo ich dann eben in die Kommentare gehe und da einfach irgendwen raussuche. Deswegen da einfach mal am Gewinnspiel teilnehmen. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video und heute habe ich ein richtig cooles Gameplay für euch am Start. Das Ganze ist ein Vorschlag, wie das FIFA 19 Menü aussehen würde. Und da wurde sogar ein Trikotgestalter, also ein Kid Creator mit eingebaut. Stellt euch einfach mal vor, ihr könnt in FIFA 19 eure eigenen Trikots designen, vielleicht sogar in Ultimate Team, wie krank wäre das einfach. Falls ihr das feiern würdet, schreibt mir das mal in die Kommentare und nehmt auf jeden Fall auch noch beim Gewinnspiel teil. Und eine kleine Bitte habe ich noch an euch, falls ich gerade fahre, falls ihr gerade Zeit habt. Geht bitte auf den Link in der Beschreibung, dort könnt ihr für mich voten. Ich könnte nämlich noch Spieler der Saison werden. Da würde es mich unfassbar freuen, wenn du für mich voten könntest. Das Ganze geht jede Stunde einmal. Das heißt, man kann wirklich jede Stunde einmal voten und das Ganze geht auch noch über eine Woche. Also vielen Dank auf jeden Fall. Falls du mich hier unterstützen willst und falls du dir jetzt denkst, yo, ich weiß ja gar nicht, wie der überhaupt Fußball spielt, dann check auf jeden Fall den Zweitkanal ab. Dort habe ich nämlich ein Tor im Sitzen hochgeladen. Das denke ich auch ganz witzig. Dieses FIFA 19 Concept Menü Design lasse ich jetzt einfach im Hintergrund weiterlaufen und verabschiede mich hier auch schon an der Stelle. Das ist wirklich nur ein kurzes Video, wo ich euch dieses Concept Design zeigen wollte. Und wichtig, dieses Concept Design ist auch ein eigenes Video auf YouTube, das ihr unbedingt abchecken solltet. Deswegen gehen da übrigens auch Props raus an den Ersteller dieses Designs. Das ist nämlich wirklich gut gestaltet. Also Props gehen raus an dich. Check den Link in der Beschreibung ab. Und damit war es das auch schon wieder. Jungs, vergesst nicht. Habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tristan Childs Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020